Ah, Mixed Chips. Yay. Ah, Aldemar. HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Subnautica. So, ist es soweit. Wir bauen jetzt Kupferdraht und dann hängen wir ein paar Gemälde auf. Und dann sehen wir mal was wir tun. Ich bin ein bisschen ratlos, aber wir müssen noch ein bisschen verschönen an Soße nicht. Ähm, dumm, 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 bumm. Zack, zuck, zum Pump. Kupferdraht. Bilderrahmen. Zack, mal Gemälde. So banal, ne. Banal, ne. Banane. So. Zuallererst gucke ich mal, ob ein besonderes Bild verfügt. Warte, wir gucken jetzt erstmal, hängen wir mal gerade eins hin. Und zwar soll das hier sichtbar sein. Ähm, so ein bisschen doof, das ist alles so. Eigentlich muss das hier hin. Hier schwebt das dann so. Das ist hässlich. Und zwar da. Die Subnautica-Karte. Guck mal, viel hilfreicher als alles andere, oder? Wir sind da. Aber das Camp Forest Crash, das ist eine alte Karte. Deswegen, ich glaube nicht, dass die irgendwie aktuell ist. Aber da sehen wir die ganze Biome. Ist das nicht praktisch? Ich bräuchte jetzt noch eins, wo es steht, äh, wo was liegt. Ja? Guck mal, das ist noch die Radiation Zone. Also wo was ist, wie Artefaktzone oder so. So, okay. Guck mal, ob wir genug Kupferdraht haben. Dann, äh, sehen wir weiter. Buh, 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 buh. Zack. Ah, das habe ich lange nicht gehört. Geht doch. So, also. Wir brauchen... Ja, ja. Schon wieder. Es geht nur ein Bild, im Ernst. Das ist doch schade. He, 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 he. Na gut, ein Bild. Untereinander geht vielleicht. Aber es sieht besser aus an meinem Stuhl, der nicht mehr da ist. Aber es geht... Geht untereinander geht's, ne? Das war aber doof, weil hier muss der Stuhl hin. Gucken wir mal, ob das geht. Äh, da-dun, da-dun, da-dun. Dann. Blam. Blam. Blumbli. Was ist denn hiermit los? Ist er kaputt? Ja, es muss tiefer. Ist zu hoch. Ist hässlich. So. So. Wir brauchen so. So. Nein. Da. Es gibt aber noch andere Wir fehlen da wohl ein paar So, dann brauchen wir jetzt ein Pflänzchen Pflänzchen 1 Pflänzchen 2 Bilderrahmen Äh, Gemälde Hier muss ein Fenster hin Eigentlich Da haben wir zwei Fenster Da muss da ein Bilderrahmen hin Bilderrahmen, Bilderrahmen So, machen wir erst mal das hier So Warte So Oh Mann, ey Da kommt auf jeden Fall Ist eigentlich eins meiner Lieblinge Die sind alle toll, aber es ist schon Spiegelt mich sehr gut wieder Okay, warte mal Vielleicht noch Es ist mit mir, hier ist die Chef-Ecke Ja, ich brauche irgendwas Chefiges Was Prolliges Ein bisschen zu hell vielleicht Aber es passt zu mir, wenn ich da sitzen würde Abgefahren So, hier kommt Irgendwas zum Hier brauchen wir Hey, hey, toll Sehr gut Hervorragend Das macht sich hier super Ja? Perfekt So, dann kommt jetzt hier Das Gemälde Das hier hin Das spiegelt mich auch ziemlich gut wieder Nur nicht in dieser Staffel vielleicht Das Gemälde Das sind alles Zauberwerke Ja? Zauberwerke Ich esse jetzt mal was Unter dem Meer Hervorragend Gut, wir gehen mal grad was essen Es tut mir leid Eins davon Von Warum mal so laut hier? Muss ein paar Fischis holen Irgendwas tolles Lochfischis wären toll So, jetzt haben wir noch mehr über Müssen wir hier eins hinsetzen Und hier Hier kommt hin Das ist auch super Das ist handgezeichnet Ja? Fischwechsel Fischwechsel Oh mein Gott Man kann meine Lache hören Und Wir haben noch Greenscreen Oh, das hier Jetzt kommen die Gezeichneten hin Der junge Aldemar So Na gut Dann machen wir noch ein bisschen Kupferdraht Uns fehlen noch ein paar Bilder Jetzt verteilen wir den Rest Aber in der Basis Oh nein Wo war das denn mal? Hier, ne? Ja, sehr gut Oh, guck mal Wir haben auch noch Titan hier Zack 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 Was ist das? Zaa? Kann ich die eigentlich in das Aquarium tun? So ein Lava-Fischi. Guck mal, da ist noch mehr Kupfererze. Das ist eine alte Kupfererze. Das musst du mal hier raustun. Mir nervt es sowieso. Müsste ja sowieso weg sein. So. Es fehlt noch Greenscreen. Mein hervorragend. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Machen wir jetzt die hier. Meine alten Staffel-Thumpnails. Die alten Gerenerik. 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 Gerenerischen. Nicht Gerenerischen, meine ich. Staffel 5. Oh, ist das nicht schön? Oh, guck mal, ich will den kleinen Fisch ins Knuddel. Fischwechsel auf 10 Kilometer ist nicht so toll. Das ist das Beste eigentlich. Das Beste. Ah, da passt das nicht so gut. Können ja Überweltschäden setzen. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Ich glaube noch Staffel 2 oder so. Ach, egal. Müssen wir nochmal, äh, Dingens machen. Guck mal, die sind, die sind nicht ganz an der Wand dran. Das ist doch voll scheiße. Die auf jeden Fall nicht. Voll für den Arsch. Machen wir die hier rein. Naja. Was soll man verlangen heutzutage noch? Welche waren das denn jetzt? Das hier? Und das mit den Fischis. Das muss höher. Das muss höher. Zu hoch. So. Oh, perfekt. Läuft. Läuft. So. Das geht nicht. Da haben wir den einen Lava-Fisch. Ein bisschen zu wenig Licht hier, ne? Findet ihr nicht auch? Ja, ihr auch? Ja, ich finde das auch so. Scheiße. Was sagt man nicht, Alter, ma? So, wir brauchen noch... Ähm, warte, was haben wir denn da? Hier ist so ein Tisch. Die brauchen wir ja wirklich nicht. Ja, Bursch halt. Ach so, ich wollte da noch, äh... Oh, ein Kaffee, Alter, ma. Tut sich bestimmt nicht schlecht. Aber, äh... Ich hab mal noch ein paar andere Sachen. Nuklearabfallbehälter. Nukleara, Nukulara. Wie groß das eigentlich ist? Kann ich dir... Kann ich dir irgendwas einsortieren eigentlich? Nö. Da-da-da... Der Snack-Automat! Oh mein Gott, ich will auch mal einen eigenen Snack-Automaten haben. Ich muss doch jemanden anstellen, der den ja immer wieder auffüllt. Hier muss der Snack-Automat hin. Das ist so weit... Innen! Komm, das Snack-Automat muss richtig hier irgendwo hinpassen, Leute. Ach so, das geht nicht, weil... Der scheiß Decke! Der scheiß Decke! Kann ich den nicht benutzen jetzt? Da. Ah! Mixed Chips! Yay! Ah! Das ist der Aufenthaltsraum. Ach so, ich brauch mal grad zwei Bäumchen. Haben wir hier irgendwo Blümchen? So. Wunderbar. Sehr gut. Wunderbar. So, wie sieht's hier aus? Wollen wir noch irgendwas da dran machen? Äh... Mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö-mö. Naja, hier kein Apfel... Apfel-Eimer hin. Brauchen wir keinen Apfel-Eimer. Guck mal so schön aus dem Fenster gucken. Wie macht man an die Wand? Ach so. Auf jeden Fall, mein Freund. Cool, da können wir Zeug ranwerfen, was weg soll, hä? Salz zum Beispiel. Und nicht funktioniert das auch. Oh, Kaffee. Habe ich hier sogar stehen gerade? Sehr gut. Oh, kann ich noch eins stellen? Was für einer? Einen Espresso habe ich jetzt genommen, ne? Oh, da, guck mal. Ah! Wuh! Café Americano. Geil. In der Subnautica-Tasse. Auf jeden Fall abgefahren. Einzelwandregal. Okay, warte mal. Wir haben da noch... Ich muss noch ein Labor bauen, ne? Wir haben doch hier so viel Labor-Equipment. Das da und das da. Ja, so viel Labor. So viel Labor-Equipment, Aldi, mal. Dass du nicht weißt, wohin damit. Das müsste ich auch noch irgendwo hinsetzen. Das setzen wir jetzt mal woanders hin. Bauen wir nochmal das hier. So. Wir müssen den wieder irgendwo hinsetzen. Das dürfen wir nicht vergessen hier. So, die Bauecke. Aber wie machen wir das? Kann man das irgendwie ordentlich platzieren? Tatsächlich. Monster-Tuchklammer. Mausrad hoch, Klammer. Auf den Boden will es gehen, ja? Drehen, Mausrad runter, Klammer. Bla, bla. Ne, das kann man doch nicht setzen. Schade. Wir haben es auf jeden Fall schon mal. Dann lassen wir das da aber stehen. Weil, wer weiß, ob wir das dann wieder dran tun können. So, warte mal. Wir haben noch anderes Zeug. Ich geh mal hier gerade nochmal durch. Kommt jetzt mal hier in die Schummel. Ja, 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 ja. Ich glaube, an Bord von Franz sind da auch einige Sachen. Live-Pod 7 hat auch noch irgendwas. Oh, hier ist noch Prance-Anzug. Keep calm and cat around. Hallo. Hallo. Okay, das will auch nicht funktionieren. Was ist denn los? Ah, egal. Wir haben hier noch einen Mülleimer. Der muss gesetzt werden. Und zwar... Äh, müssen wir runter. Der nukulare Abfalleimer. Da ist er doch. Das ist die Frage, ob das dann einfach entleert wird oder so. Ich würde die ja gerne einfach irgendwo in so ein Loch werfen. Aber man weiß ja nie. Wir haben auch nur noch einen. Guck mal, wie wenig Strom wir haben. 700. Irgendwas frisst Strom. Ohne Ende. Zieht euch das mal rein. Aber was? Die ganzen Bilder oder was? Kann doch nicht sein. Oh, hier läuft Wasser rein. Das ist nicht zu fein. Oh nein. Äh, gut. Dann müssen wir kurz an Bord von Dingens gehen. Wir müssen haben ja noch ein bisschen Oranids. Hä? Ich glaube, mein Bordcomputer wird nämlich... Welcome aboard, Captain. Ja, so muss das sein. Nicht, wenn ich die Station verlasse. So, wir haben hier noch ein bisschen was. Taschen. Wir haben hier... Guck mal, das haben wir auch hier. Das will aber alles nicht funktionieren. Den haben wir. Es gibt noch irgendwo ein Auto und noch irgendwas bei Lifeport 7. Ich weiß aber nicht mehr, wo Lifeport 7 ist, weil ich die ganzen Wegmarkierer nicht mehr habe. Bin ich nicht toll? Den nehmen wir mit den Fisch. Obwohl die hässlich sind. Ja. Achso, was wollte ich hier nochmal? Äh. Ne, es war der Grund, warum ich hier bin, ne? Müssen wir das Ding wieder an Franz Walter anbringen. Wir haben so viel Laborequipment. Hoffentlich brauchen wir das mal irgendwann. Gucken wir nochmal. Vielleicht geht das, wenn ich neu lade. Das kann sein, dass das einfach mit Rechtsklick... Achso. Äh. Äh. Ich hab verstanden. Tadaa. Cool. Jetzt sind wir irgendwo ein Auto und so, die müssen wir auch noch sammeln. Mal sagen, mal ein paar Chips. Immer nur Kartoffel-Mix. Ist kein Getränke-Automat, meine Güte. Ist irgendwie verpasst. Hm. So, noch die anderen Sachen holen. Hier haben wir jetzt dein getan. Da rein. Ne, doch nicht. Da rein. Kann man durchgucken. Und den hier. Yeah. Ist ein bisschen im Boden, aber immerhin. Nicht funktionsfähig. Nicht funktionsfähig. Nicht funktionsfähig. Das haben wir mittlerweile verstanden. Dünn. So, hier sind wir noch nicht fertig. Das ist immer ein bisschen noch zu leblos hier. Brauchen hier auch noch ein paar Pflanzen. Können da Kartoffelpflanzen einpflanzen. Japanische. Bonnische. Ei. Obwohl ich die großen an einem lieber mag. Die sind zwar ganz hübsch, aber... Hier. Den hier. Davon zwei. Da kann man schlafen und naschen. So, kann ich da drin schlafen? Oder wieder nicht? Oh, oh Wunder. Ich kann da drin schlafen. Das wäre es aber jetzt so gewesen. Bisschen zu viel Mühe. Okay. Ja, wir brauchen noch ein paar Fischis. Ich dachte, wir fangen Lochfischis. Ich wollte so ein Arten-Aquarium machen. Also, dass man da nur eine Arte... Warum das so dunkel ist, ist das eigentlich schade. Komm, den Tummelz da raus. Der soll da gar nicht rein. Wunderschön. Ich finde es toll hier. Gefällt mir sehr gut. Kann man immer noch ergänzen. Aber im Großen und Ganzen ist das wunderbar. Bank. Wow. Mein Zuhause. Meine Bilder. Mein Ein und Alles. So, das muss aufgeladen werden. Der Arm muss wieder weg. Das kommt da hin. Das kommt da hin. Obwohl, die können wir ins Aquarium werfen. Oder wir machen einfach ein Aquarium voller Glubschis. Glubscher. Äh, Kika. Ich nehme auch schon den neuen Namen. Wunderbar. Na gut, Leute. Ich speichere jetzt hier ab. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich überlege jetzt mal, was wir als nächstes machen. Äh, weil wir alles gebaut haben. Äh, wir gucken mal. Ja, ich befinde bestimmt nur noch irgendwas. Also bis dahin, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.